4, 3, 2, 1, go! Countdown zum Charity-Lauf. Am Samstag wurde in Eningen-Unterachheim wieder für den guten Zweck gelaufen. Für jede Runde überweist der Läufer ein Euro auf Spendenkonto. Die zusammengetragenen Spenden gehen an verschiedene Hilfsorganisationen. Bis zum 7. August kann ein jeder auch virtuell mitmachen. Hierfür zählt man seine gelaufenen Runden. Eine Runde sind 480 Meter. Und für jede gelaufene Runde überweist man ein Euro auf Spendenkonto. Der Charity-Lauf fand im Rahmen des Stadionfestes des TSV Eningen statt. Die Aktion Fußball-Kids helfen gibt es bereits seit 25 Jahren.